Das ist Elli. Sie arbeitet oft ziemlich lange an ihrem Schreibtisch. Jetzt geht's aber in die aktive Pause. Darauf freut sie sich heute am meisten, denn es steht ihr liebstes Hobby an. Yoga. Oh nein, die aktive Pause fällt aus. Ach Mann, wie schade. Jetzt muss Elli doch weitermachen. Oder Bürostuhl-Yoga. Cool, let's go. Wow. Für das Bürostuhl-Yoga braucht Elli als erstes ihren Bürostuhl. Sie schiebt ihn dahin, wo sie Platz hat. Jetzt kann sie starten. Erstmal Hände an den Stuhl und nach vorne rollen. Die Arme sind durchgestreckt. Kurz halten. Einige Male tief durchatmen. Elli wiederholt das Ganze mehrmals. Mit der Atmung spürt sie die Dehnung in Rücken und Schultern. Dann rollt sie wieder nach hinten und wiederholt so oft, bis sie sich genug gedehnt fühlt. Die Übung mobilisiert die Schultermuskulatur und lockert sie auf. Dadurch werden Verspannungen gelöst und die Durchblutung gefördert. Zudem dehnt sich die Brustmuskulatur und die Körperhaltung verbessert sich. Namaste. So, jetzt geht's für Elli wieder an die Arbeit, aber Bürostuhl-Yoga wird sie ab heute öfter machen. Bis zum nächsten Mal.